Oh nein, mein Lipton-Eistee ist erstmal rausgelaufen. Kennt ihr das, wenn ihr das einfach hier wegwischen müsst mit eurem T-Shirt? Wagen, so ist hier rüber. Ja, der gute alte Ballisto ist von uns gegangen. Der gute alte Roadhog wird auch von uns gehen. Der Winston ist ein guter Pick gewesen. Jetzt hier auf einmal. Oh, der Hanson hat es leider noch geholt. Wir haben den Punkt gewonnen. Der Lipton-Eistee lässt uns alles gewinnen. Wie zum Beispiel Diabetes. Wagen, Leute, wir probieren mal Wrecking Ball aus. Und nun folgt pure Konzentration. Wuhuhuhuhu. Nee, nee. Ende. Wagen, wann hast du angefangen auf Twitch zu streamen? War schon seit mindestens 50 Jahren. Das ist neun Jahre her. 50 Jahren. Wack. Ich hasse es, wenn ich Reaper-Schussgeräusche höre. Ich hasse es einfach. Oh, wir haben die Junkrat umgebracht mit einer E. Perfekt. Und ja, wir haben die gute alte Saria. Den guten alten Reinhardt nochmal angreifen. Der Reinhardt ist tot, Leute. Wie würden die alle zerschnitzeln? Wack. Erdkundeunterricht mit Fenix. Guck mal, die Erde. Guck mal, das kann man ja auch mit dem Lobus machen. Ihn hauen. Wack. Okay, wenigstens wird der gute alte Roadhog es umgehauen. Die Däufe wird die Mercy umgehauen. Da ist der gute alte McCree da oben. Der... Oh, oh, Leute. Leute, was geht denn mit uns dieses Game ab? Machen ja die Plays. Doch, dann stirbt er. Und dann passiert folgendes. Iiiiihuuu. Das Game läuft. Wenn meine Oma sagen würde, das hast du aber richtig toll gemacht. Rings, Juuu. Wack. Oh, Leute, ich kriege immer so einen richtig schönen Adrenalinkick, wenn ich einfach Leute wegmulte. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie mein Adrenalin wird dann immer 900% einfach erhöht. Brutal. Wack. Der gute alte Baptist wird jetzt erstmal auseinandergepimmelt. Und der hat den Roadhog weggehookt. Nee, 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 mein Freund. Okay, der ist tot, schon mal sehr gut. Die Saria ist auf jeden Fall tot. Wir sind on fire. So wie es sich gehört. Wack. Wenn alles ruhig ist und der Dumme aus der Ecke schreit. Leute, der bleibt nice. Sie ist ausgelaufen. Uh. Oh, ja. Wack. Wir machen erstmal einen 101, um ein bisschen das Aim zu trainieren. Okay, aber das Ding ist, was ich bei diesen 101-Menschen sehr gerne mag, ist, dass man... Oh. Ah, ja. Wack. Ja, wisst ihr was? Wir machen es jetzt mal ein bisschen aktiver. Ich glaube, das wird hier nix. Buhu. Haa. Wack. McCree, ich liebe seine Zigarre. Fabi unterstützt Rauch. Nee, das tue ich nicht. Das hat jetzt Jake's aber aufwitz. Also soll McCree an Lungenkrebs schärfen? Ja, bitte. Unbedingt. Wack. Leute, die Tracer Mains. Oh, Leute, das... Oh, Leute. Oha. Oh, ja. Yeah. Wack. Ja. Aller, allerletzte Engage. Wird er es schaffen. Wir werden sehen. So, Leute. Jetzt muss ich rein. Jetzt muss ich rein und... Nee.